Hallo und herzlichen Willkommen zurück hier bei QBOLT Bei QBOLT Oh, ja, bei QBOLT Bei Vierte Wies, so hieß es Wir waren dabei Marmor abzubauen, der Jan und der Six sind auch wieder da Servus Moin Ja, wir haben Marmor abgebaut für unser Haus, um da einen schönen Fußboden reinzumachen Und die sind wirklich saugroß, die Quellen hier Naja, sieht ja fast aus wie QBOLT, ein bisschen eckig ist es auch Ja, fehlen nur die vielen Schwerter und Ich hab nur noch ein Schwert Die vielen Schwerter und die dicken Schweine Oha So 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 Den Marbel, nehmen wir mal mit Einen noch So Oha Große Höhle Gibt's da tatsächlich eine Säge? Für was ist das nicht gut? Ja, da kann man ähm Halt Blöcke zu sägen Für Microblocks draus machen Wenn wir jetzt eine aus Diamant hätten, könnten wir auch Scheiben zu sägen Würde uns viel Material einsparen Würde uns viel Material einsparen Würde uns viel Material einsparen Weil die Kiste da und ab und zu geht hier Weil die war Ne Hm Du siehst mich schon, oder? Was ist das hier? Matrix Pro Aber Hm So Habe ich auch nen Raumpunkt Ähm Ich brauche mal ein Dach Vielleicht Was machen wir aus Stein? Schon Mach mal ein Stein Ich hab da in die Kiste ein wenig Rubini und so Zeug reingelegt Ah ja Cool Ähm Hmhm Für die brauchen wir eins, zwei, drei, vier, fünf Ja Eigentlich hab ich ja keine Ahnung, was ich damit nehme Ich nehme das mit über Buntes Ja Also am wichtigsten ist Tin, Kupfer, Eisen, Gold Diamanten Redstone Apels Lazuli Und dann halt äh Smaragza 4 Und Was weiß ich Rubin Ja Also nicht so schwer Hm Nicht so viel Ähm So Ich mach mal eine Kiste Ähm So Ich mach mal eine Kiste Ich mach mal eine Kiste Und in die packen wir Die packen wir da hin So Können wir den hier machen Können wir den hier machen Jetzt kommt der schon wieder So So Ich frag mich seit wann das Kupfer so hell ist Was Ich mach sonst nicht Äh Lol Wir haben zwei verschiedene Kupfersorten Einmal Copper Ingot Und einmal Das normale Copper Was macht er Wir haben eine Kiste Ich mach mal eine Kiste Komm Dann Okay. So. Kommt das Zeug da rein? Was machen wir hier mit rein? Oha, die Küste ist da. Können wir gleich mal schauen nach... Ja, ich kann wieder schreiben. So, machen wir das. Ja. So. Und damit können wir nämlich... aus dieser Holzkiste... eine Eisenkiste machen und verpasst mir rein. Um genau zu gewisse Koppel zu finden. Und es geht hoch bis Diamant. Da sieht man... Hier sind die ganzen Kisten. Eisen, Gold, Diamant, Kupfer, Silber, Crystal und Obsidian. Ähm... Dach wollten wir bauen. So. Woraus bauen wir das jetzt? Aus Stein? Oder aus Holz? Was meint ihr? Na, ich mach's einfach aus Stein. Mach nur, du bist der Designer. War ja klar. So. So. Okay. Warum wachsen die denn nicht? Gut. Ich brauche Holz. Ich brauche Holz. So. Na toll. Sieh. So. Mmh. Du bist einer. 여� court. Ja. Du bist einer. Schwach. Du bist einer. Fettung. Ja. Du bist eine. So. Ein Treppchen hin. Und da auch wenn wir hinkommen. Und Fackeln brauchen wir auch mal. Hier haben wir noch Sticks und dreimal Kohle. So. Hirnelfackeln. Äh, Ärmel. So. 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 Kann ich den hier machen? So. Ich hoffe das reicht. Das kann weg. Und es ist ein Jan, der uns hoffentlich neues Holz gebracht hat. Ja, habe ich. Die ist normale? Normales und das... Helle. Ja, genau. Dürfst du. Ja. Ich weiß doch, dass ich mich bin. Und du hast es gleich verarbeitet. Wirst du es nicht bearbeitet haben? Nein. Warte, ich habe was hier. Komm her. Ich sammle noch ein bisschen. Danke. Ja, okay. Das ist das. Also von dem normalen, da bräuchte ich unbearbeitet. Das. Ja, das wird jetzt. Wie von dem normalen. Ja, genau. Das Eichen-Zeug. Ach so. Ich hatte schon mal das von den Hellen. Das Eichen. Gut, dann so ich mal gleich. Oh ja, das ist egal. Ja, das ist egal. Ja, das ist egal. Ach so. Äh, rechte Truhe Blöcke, linke Truhe, so items. Und die kleine Truhe Wertsachen. Ich muss mal meine Kopfhörer verrutschen. Ähm. So, jetzt muss man langsam auf die Uhr gucken, weil bei mir ist gleich Disconnect. wieder rauszufliegen wäre aber schlecht. Ja, Coppelsstone. Ach, Kacke. Das geht ja mit dem noch gar nicht. Äh, nee. Mach mal zu nicht. Lukas? 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 Ja. Schmeißen. Thank you. So. Jetzt haben wir Koppelmangel. Okay. Sechs? Ja. Hast du Koppelmangel? Toll, jetzt wieder was drin. Ah, okay, danke. Ich hab nur was für, äh, zwei Axte. Ja. Für zwei Axte. Ja, das sind eigentlich cool, geht Axte. Ja. 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 und nur das Haus wäre das erste Haus machen wir den hier noch so 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 dann könnte man jetzt mal so wo willst du jetzt irgendwas genommen was achso da Blöcke links also ganz links so ähm Wertsachen so ich werte uns jetzt mal sind das ja alles Wertsachen auf schon wow haben wir viel 10 r r r r r Ah. Hm, bevor ich das machen kann... ...werde ich nun erstmal auf Gummi-Suche gehen. Basteln wir uns so einen Tree-Tap? Jetzt hast du den Koppel zusammen gekriegt, oder? Ja, lol. Wo ist denn Holz? Äh, schmeiß in die Küste. So. So. Wir haben schon wieder Folgen-Ende. Quasi. Weil bei mir ist gleich Zeit. Äh, ja, ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. So, jetzt hat's geklappt. Ähm. Ähm, ja. Wenn ihr euch einen Film habt, schaltet wieder ein. Wann die nächste Folge kommt, seht ihr im Sendeplan unter mmoinfos.de. Ähm. Ähm. Äh. Gibt einen Daumen hoch. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und, ja. Wir bedanken uns, dass ihr zugesehen habt. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Servus. H-h-h-h-h. Anstattet.